So, wir sind wieder mal in Spanien. Heute mal wieder eine Einheit bei Emilio. Was wir heute machen, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. So, wie gesagt, zurück in Spanien, heißes Wetter, Sandplatz ganz anders als in Deutschland. Trotzdem habe ich mal wieder Lust, mich ein bisschen zu bewegen, selber für mich zu trainieren und an meinen Schlägen zu arbeiten, an meinem Spiel auch zu arbeiten. Wieder mal mit Emilio, weil ich hier auch die besten Erfahrungen gemacht habe, mit dem Training. Wir werden heute schon mal ein bisschen schauen, in die Richtung Wintertraining vorzubereiten. Auch ein bisschen was mit dem Slice machen, etwas machen mit viel Bewegung, den Ball früher zu nehmen und was für Übungen wir genau gemacht haben, die kommen jetzt für euch. Okay, und dann starten wir mit der ersten Übung. Erste Übung war ein halber Hosenträger, eine etwas abgeänderte Form, sage ich mal, die ich auch sehr gerne im Training spiele, damit man in Bewegung kommt und auch gerade, wenn es problematisch ist, aus dem Lauf zu spielen, finde ich das eine super Übung, um auf der einen Seite etwas Kontrolle zu haben, weil wir jetzt, so wie wir es hier gespielt haben, zweimal Cross gespielt haben. Das heißt, ich beruhige den Ballwechsel ein bisschen durch zweimal den Cross. Emilio meinte, wenn du noch mehr laufen möchtest, dann spielst du das Ganze 1-1. Das heißt, ein Cross, ein Longline, was ich auch ab und zu mal gerne im Training mache. Dann kommt man aber richtig ins Schwitzen, dann ist man richtig am Laufen. Was natürlich hier auch in Spanien bei den Temperaturen nochmal den Rest gegeben hätte. Ich habe schon gemerkt, weil ich versucht habe, wirklich die Ballwechsel lang zu halten, super fokussiert zu bleiben, Bälle reinzuspielen, den Ball die ganze Zeit im Spiel zu halten. Das war für mich die Prio Nummer 1, natürlich dann auch gut bewegen und den Spin reinzuspielen. Man hat es gemerkt hier, es hat auf jeden Fall nach einer Zeit schon geschlaucht. Aber es ist ja in Spanien auch so, man muss sich erstmal daran gewöhnen, jetzt wieder auf das Absprungverhalten. Ich sage mal, der Topspin, den Emilio da auch manchmal rausholt, irgendwie aus dem Handgelenk. Nur ich kann es gar nicht lesen, wie er das so richtig macht. Da kommt nochmal so viel Topspin raus, was am Anfang erstmal eine richtige Umstellung erfordert. Aber es hat wieder für das Aufwärmen hier jetzt schon mal super viel Spaß gemacht. Hat mich gut aufgewärmt und teilweise auch schon gut ausgepowert. Und jetzt gehen wir gleich in die erste Übung rüber. Ziel ist ja hier eigentlich jetzt gewesen, mich für die Halle vorzubereiten. Das werden wir im Training danach nochmal etwas stärker machen. weiblich. Wenn du es normal machst, wenn du dirnst, wenn du es hier spaltest, der last aufgewürdig ist, hierher, wenn du es spaltest, hierher beim Bauen ist, du kannst ihn nicht schnell flingern, aber wenn du es spaltest, wenn du es spaltest, du hast, das Bauen solltest, nachher, auch wenn du es spaltest. Das Bauen, den Ball in den Vorteil stehe, auch schneller zu erinnerst und kann sich das dann rüberpfen! Es führst du gegen ihn, weil du es spaltest und muss es fringeben. Wenn du es spaltest, kann man schnell zuween. Wenn ich es schneller bin, wenn ich es in der Ball geht, wenn man es in der Ball geht, es könnte anders sein. Wenn du hier spielst du und hier spielst du, dann funktioniert es. Weil der Ball schon vorhin ist, und du kannst es auf der Seite move. Manchmal, wenn du so spielst du mit mir, wenn du schnellst du spielst, dann du spielst du auf dich. Ich kann es dir sehen. Wenn du mit mir spielst du spielst, dann kannst du mit mir spielst du spielst, du kannst es schnellst du spielst. Wenn du spielst, dann kommt er schneller. Dann ist es weit weg von mir. Dann sollte ich spielst du spielst du spielst, in der, in der ich bin. Und wenn du spielst du spielst, dann spielst du spielst, weil du spielst du spielst, aber ist eine Chance. Aber bei meiner Seite, wo du spielst du spielst, weil du spielst du spielst. Das ist, wenn du spielst, mit einem Mann som ich bin. Achtest du spielst du spielst? und dann spielen wir schnell. Bounce, 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 bounce. Und dann kriegt man die Chance, schnell auf der anderen Seite. Und auf dem gleichen Platz, spielen wir schnell auf der anderen Seite, wenn man schnell spielt, dann kann man schnell auf der anderen Seite. Hier geht's. Wir versuchen, über den Longlineball Druck aufzubauen. Auch das nicht durch einen härteren Schlag, einen schnelleren Schlag, sondern dadurch, dass wir dem Ball entgegen gehen und so Zeit wegnehmen. Denn wenn wir schnell Cross spielen, kann auch schnell mal ein Gegner Longline spielen, dann sind wir in der Bedulje. Und jetzt sind wir in die zweite Übung reingegangen. Wenn du den Ball entgegen wurden, dann ist das bei der anderen Seite. Im Gegagliau zwischen den Top-Curzeln sondern der haut auf der Barsen. Wenn du aus der Basen bist, dann kann ich dich gut ausführen. Also, wenn ich dich gut ausführen, dann muss du bei dem Ball, dann muss du sehr toll ausführen. Wenn du nah ran nach der Linke, dann kannst du bei derüksel, das kannst du normalerweise, dasbstgemäß nicht klar. Wenn du nah ran weit vermischt, john steckst dich. So, und jetzt nochmal die nächste Übung, die wir jetzt hier gemacht haben, wo Emilio meinte, das wäre extrem wichtig für mich, auch als Lefty, dass ich den Slice-Longline setzen kann, versuche, den Gegner rauszudrängen und auch relativ früh lese, wo der Ball zurückkommt vom Rechtshänder und damit der Vorhand weiterspielen kann. Und jetzt hier war nochmal auch Variation reinzubringen. Stoppball hat nicht so ganz funktioniert. Man sieht es, dass ich es eher selten spiele, aber so. Das war der Aufbau, dass ich eher versuche, dann mit dem Slice den Ball nachher mittiger zu kriegen, mit der Vorhand weiterspiele. Dann in die nächste Übung reingegangen, da haben wir wieder Cross gespielt und möglichst versucht dann mit einem passenden Ball auch Longline zu gehen, Angriffsball zu spielen, dann das Feld abzudecken, auf die Rückhandseite sozusagen und auf der Rückhandseite dann auch noch mit der Vorhand weiter zu spielen, weiterhin auf die Rückhand des Rechtshänders und so Druck aufzubauen. Die Höhe ist eine Art und die Wenn ich mich auf der Karte schreie, kann ich nicht auf der Karte bleiben. Ich muss mit einem Knife auf den Karte bleiben. Ich muss mit einem Knife bleiben, auf der Karte bleiben. Wenn ich hier bin, wenn ich gut genug bin, dann ist es immer gut für die Backup. Ich werde manchmal spielen, manchmal nicht. Manchmal kann man es nicht. Man muss man ein paar Sachen wie das. Wenn du nach Hause bist, kannst du mal was du bist. Das heißt, zwei, drei Hits sind immer wieder auf der anderen Seite. Wenn ich hier komme, dann komme ich hier und dann komme ich hier. Dann geht es auf der Opposite Seite. Ich weiß, dass es nicht so gut ist. Aber ich werde es ein bisschen verbessern. Das ist gut. Beide ich an. Dann, wenn du mit einem Leuchten haste, in der sie, ich habe zwei Dinge, dass ich nicht die Baktion einleitern kann. Wenn ich nicht die Baktion kenne, dann mache ich die Baktion. Wenn ich die Baktion nicht die Baktion, Wenn ich die Baktion, dann mache ich die Baktion. Wenn ich ein Baktion, dann mache ich die Baktion. Die Karte ist ein guter. Lasst das die Karte. Das war es funktioniert. Das war es geschafft. Wenn du kurz spielst, in den gleichen Beste. Und dann, wenn du ... Wenn du es so spielst, dann kannst du es ... Dann kannst du es ... Der nächste Step ist. Backhand-backhand. Der nächste Step ist Backhand rupture. Der nächste Step ist forthand rupture. Der nächste Schritt ist ... Dieser Drittel ist der Struktur. Du kannst dich auch viel. Ich denke, wir müssen die Vorhande kontrollieren, mehr oder weniger die Karte, dann sehen wir die Karte. Mehr oder weniger die Karte, dann machen wir die Karte, dann machen wir die Karte. Die Karte ist der erste, dass man die Karte, dann öffnet es. Too tight, too tight. Was hier nochmal wichtig war bei dieser Übung, dass man solche Spielzüge hat, auch wieder in sein Training integriert, zwei, drei Bälle hintereinander, nach dem Vorhand-Longline beispielsweise, dann der Ball, der weit nach außen kommt, Cross zurück, mittiger kommt und dass man verschiedene Variationen hat mit dem Stop-Ball, mit dem Inside-In, mit dem Inside-Out, mit der Rückhand-Cross, das einfach mal in sein Training reinzubringen und das auch zu üben. Auch gut angehört. So, wie ihr sehen könnt, komplett nass geschwitzt, geile Einheit, geiles Training, waren zwar nur 60 Minuten, Mittwoch sind wir nochmal hier für 90 Minuten, aber 60 Minuten reichen teilweise auch schon aus. Sehr viel gemacht, ich fühle mich wieder besser mit meinen Schlägen, ich finde, ich habe mich gut bewegt, teilweise, aber ich merke auch schon meine Beine jetzt direkt. Mittwoch geht es dann weiter mit der nächsten Session, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video, macht's gut, ciao!